Da ist einer, sonst sieht es jetzt relativ noch ruhig aus, gehen mal hier weiter, ach du heilige Makrohle, bitte lass hier alles zu sein, scheint so. Okay, aber er weiß definitiv jetzt schon, dass ich da bin und dann weiß es, der Rest womöglich auch. Shit. Aber ich denke, dass ich hier drin relativ sicher bin, erstmal, ich gehe ein bisschen im Heurum tummeln. Oh, was ist das? Das ist Punk Wristband, Silver, take all. Brauche ich denn, wofür brauche ich die denn? Aherb in der der... Ach so! Holy shit, Alter! Können die da reinkommen? Ist das mies. Also wenn der so da reinkommt, sieht der mich nicht oder was? Oh, da sieht ich doch... Boah, was war das jetzt? Headshot oder was? Okay, ich muss wohl dieses Kondensator-Ding da oben treffen. Gucken wir mal, was hier so geht. Hier sind bestimmt wieder so viele Viecher unterwegs. Okay, ich habe jetzt versucht, irgendwie dieses Viech so klar zu machen. So ein Schlawiner schleicht dich von hinten an oder was? Ich bin aber offensichtlich noch in einem. Wie ist so eure Erfahrung mit denen? Muss man die irgendwie speziell irgendwo treffen oder? Ist halt einfach nur drauf sprayen und mal hat man Glück und mal Pech. Oh, da kommt der Nächste. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die ultra schnell kaputt gehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, die wollen gar nicht sterben. Okay, bleib liegen. Okay, ich glaube, hier ist jetzt so eine Drohne. Oh, ich glaube, die ordet mich schon. Das ist ja mies. Komm, die ordet mich durch das Haus durch, oder was? Okay, jetzt... Oh, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Holy shit. Kann ich nicht diese Drohne einfach abschießen? Das sah in dem Video so einfach aus. Holy shit. Kommt doch her, ihr Mistratten. Okay, niedriger werfen. Okay, das wird böse ausgehen. Ein bisschen verdackeln. Die Granaten fliegen aber auch echt komisch, man. In dem Livestream von den Entwicklern haben die so ein-, zweimal auf diese scheiß Drohne geschossen und die ging drauf. Holy fucking shit. Oh, der hat gerade seinen Kollegen abgeschossen oder was. Oh, jetzt stürzt es ab, oder? Puh. Und weg. ich hätte jetzt gerne noch ein paar granaten oder diesen diesen kanister holly shit man Da schießt doch noch mal einer. Wo ist der? Jetzt haben wir ganz schön Material verballert. Okay, in der Stadt geht auf jeden Fall noch was ab. Das wäre jetzt halt geil, ohne Witz, das wäre richtig geil. Da geht es jetzt ab in der Stadt und ich gehe jetzt dorthin und dann sind da eben noch andere Spieler, die sich gerade durchkämpfen, denen kann ich dann helfen. Bisschen Eingang für den Bunker, das wäre auf jeden Fall richtig geil. Ja. 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 Ja.